Muuu, meine werten Freunde, wir sind wieder da bei Let's Play Dark Souls. Ich habe mir neulich wieder mal einen unendlich schlauen Vorpaar geleistet. Ich habe nämlich aufgenommen. Nur mit der Tonspur. Ja. Das war peinlich. Aber so, ja. Dann hatte ich irgendwann auch keine Lust mehr, dann musste ich das Ganze nachholen. Das machen wir jetzt hier. Das leckt gerade so ein bisschen, wie es geht hier. Oh. Boah, Typ. Alter, was geht mit dir? Ähm, ja. Boah, es geht mit, Alter. Ähm, dadurch bin ich schon mal ein wenig auf Bällen-Sittchen. Ich kann leider nicht so oft, beziehungsweise so einfach aufnehmen, wie ich das gerne hätte. Weil die Viecher echt verfickt viel, was das ist, so verfickt viel, ähm, Lärm machen. Und die müsstet ihr mal einfangen. Und, äh, dann ne Käfig tun, ne Käfig weg tun. Das ist einfach nur endlich anstrengend. Das ist schade, weil ich würde gerne regelmäßig aufnehmen, aber momentan ist das noch nicht so einfach. Ich werde... Oh, fuck. Das stimmt Margrit mal eben dagegen tun, was? Alter. Äh, so. Ähm, ja. Aber ich werde mal festen, ich möchte mir auf jeden Fall einen festen Aufgabetermin mal hier setzen, damit wir die... Damit sich das einfach, ähm... Oh. Und hier einfach regelmäßiger die Sachen hochladen kann. Ähm. Ich hoffe einfach mal, ich kriege das so, wie ich mir das vorstelle. Ach, warum? Also ich finde, es leckt ein bisschen. Also es hat gerade keine hübsche Performance. Finde ich. Hm. Vielleicht sieht das ja auch anders aus beim... Äh, beim Hochladen. Äh. Ja. Tschö, du musst dir mal den rein, ich war. Du bist ganz schön hässlich, mein Freund. Äh, deine Seele. Äh, das Bierchen zu schön, ich war. Äh. Huch, es ist anströmend. Jetzt, ich will diese Seite nicht öffnen. Hier. Moment mal. Genau, vorsichtig nach oben. Achtung, Geist der Finsternis. Mhm. Was schon immer das bedeutet. Statt der Untoten. Eww. Nix. Oh. Oh Gott. So. Wundervoll. Es haben mir einige Leute tolle Tipps gegeben. Ja, äh, leider, ich hab mir leider deinen Namen nicht gemerkt. Hier, Twilight. Ja, ich hab's halt schon. Äh, danke dafür. Das Gorod war auch so brav und hat mir Dinge erzählt, die ich leider schon wieder vergessen habe. Das macht aber nichts. So. Ich hab jetzt was Neues bekommen. Ausrüstung. Oh, da kommt irgendwas. Oder? Nein. Gut. Gut, gut, gut. Man verwirrt mich doch nicht immer gleich so, ey. So. Hier, guck mal, hab ich das Hüllensoldatenhelm. Ich weiß immer noch, was ist das? Ich benutze den einfach mal, nicht wahr? Dann hab ich noch das da gekriegt. Ist das besser, was ich gerade trage? Was sieht besser aus, ne? Dann lass ich das. Jetzt hab ich einen unheimlichen hübschen Helm an. Meine Kapuze war cooler. Wie auch immer. Na, schau mal an. Ah! So. Oh, Vorsicht, Marklecht. Vorsicht. Wir sind hier bei einer Party von Marklecht und ihren Freunden. Der Charakter atmet schon ein bisschen. Gelobt sei die Sonne! Ja. Praise the sun. Aber ich hab immer noch nicht verstanden, was es damit auf sich hat. Das werden wir wohl bald herausfinden. Gibt's da noch? Äh. Gott. Ich hör's doch. Wir sind überall. Oh, oh, oh. Was? Was war das jetzt? Oh! 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 Normalerweise fliegt hier, glaube ich, ein Drache vorbei. Das habe ich zumindest bei der letzten Aufnahme, beziehungsweise Nicht-Aufnahme gesehen. Hat mich ganz schön erschrocken. Zufluchtsort. Ja, das sind sehr hilfreiche Tipps und so. Damit kann ich echt viel anfangen. Muss ich schon sagen. Ich glaube, ich habe mich da unten aber noch nicht genug irgendwo gepumpt. Bevor ich da jetzt hier oben rumtou, ne? Oh Gott, jetzt wäre ich fast drunter gefallen. Der nimmt mich drum am Arsch. Aber, okay, da kann ich da. Ähm, nein. Ach da. Guck mal. Ja, renn mal weg. Das habe ich nichts dagegen. Aha. Ach. Der will mich besuchen kommen. So ist das also. Das kannst du gerne machen, mein Freund. Ach. Vollidiot. Und jetzt? Ja, komm mal her. Komm, 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 komm. Nicht so fein. So. Fertig. Ähm. Kann ich da überhaupt drunter gehen? Eigentlich schon, wenn doch da einer war. War er da? Boah. Muss man den ganzen Müll mit drunter nehmen? Ach, da hängt einer. Boom. Uff. Uff. Wo ist denn der andere da? Na? Wo, wo, wo. Eure Mitte. Tja. Blindern. Ich kann was blindern. Jetzt habe ich auch eine Schwerd. Wow. Gut. Da kann ich bestimmt auch noch runter. Irgendwie. Hallo? Jemand zu Hause? Das ärgert mich. Die Aufnahme war cool gewesen. War cool gewesen. Naja. Müssen wir eben damit vorlieb nehmen. Ach, da hängt noch einer. Ajo. Ihr habt auch nichts. Oh Gott. Oh Gott. Nichts. 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 Sieht euch rein, wie aus wie ich bin. Vier auf einem Streich. Da geht's hoch. Ah, da ist der Typ vor allem hochgeteutert. Wie sieht das nicht hübsch aussehen? Ich hoffe echt, dass das beim Buchladen ein bisschen besser aussieht, als bei mir hier gerade. Tja, das war jetzt nicht so aufregend. Bam. Warte mal. Achso. Nachricht. Ja. Wie dem auch sei. Dann gehen wir ja mal endlich nach oben. Warte's da. Ich hab natürlich mein Fenster aufgelassen. Die hässliche Scheiße, ne? Wow. Nix. Blendet mich so ein bisschen, aber... Das macht nichts. Das macht nichts. Das klingelt. Wow. Wow. Ja. Nix. Nix. Au, au. Wow, wow. Du kleine Nutzer. Nix. 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 So. Das ist wohl jetzt im Ernst. Du machst mich hier tot, oder wat? Nix. Braustmenschlichkeit, für was? Für was denn? Gelobt sei die Sonne! Ja. Gelobt sei sie. Ach ja, klar. Humpelmann. Ich laufe erstmal weiter, nicht wahr? Nachricht. Viel Erfolg. Danke. Finsternis! Mann, das sind so unheimlich nützliche Tipps und... Natürlich ist es kaputt. Machen wir mal der Putzfrau hier ein bisschen Arbeit. So. Die war ja schon ewig nicht mehr hier. Trennen! Oh, ganz vorsichtig, mein Feind. Wow. Hab ich mich jetzt erschaffen? Wow. Wow. Oh, jetzt hört sich der kleine Penner tatsächlich. Wow. Nein! Oh, das weiß ich, das ist sehr schlau. Oh, warte. Nix. So. Arschloch. Blödes. Hüllensoldatenrüstung. Hüllen soll ich mal noch ein Bierchen trinken? Gelobst du in die Sonne? Ah, wieder ein neuer, ein Kram gekommen hier. Blödessoldatenrüstung. Ist die denn besser? Hm. Ich hab wirklich keine Ahnung, worauf ich jetzt achten muss, ne? Aber generell... ...ist mein cooles Wanderer-Set immer noch... ...besser. Ups. Ach, war... Das dauert sich mal. Lässt sich nicht öffnen. Ich will die Nachricht auf... Ähm, ähm, ähm. Mal schalten. Nachricht... Ah! Ah, okay. Achtung. Vermuse Falle. Aha. Gewertung 4. Ja, dann, ähm... Sind wir doch mal vorsichtig. Da oben sitzt dieser Humblemann da, ne? Hat er mir nicht gesehen. Ist ja immer noch voll. Dann besuchen wir ihn doch mal. Oh! Oh Gott! Hab ich mich erschrocken! Lenk mich doch am Arsch! Ha! Alter! Ups. Echt uncool. Achtung! Vor dir liegt's! Ich höre ihn schon. Ach, hallo! Ich dachte, du könntest mich überraschen. Aber nicht mit mir. Nicht mit der Teichkuchen, Freund. Ah, der hat sich hier auch geöffnet. Okay. Alles klar. Alles klar. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier alles gemacht hatte. Aber so weit war ich auch gar nicht. Also... Drauf geschissen! Okay. Dann gehen wir doch mal hoch und hauen den Penner da hinten einer aufs Maul. Ich mache mir doch mal aufs Maul. Dann gehen wir doch mal auf ... Maul.